Willkommen bei den Wirtschaft TV News. Die Konjunkturbelebung in China treibt den Umsatz beim fränkischen Industrie- und Autozulieferer Schaeffler nach oben. Die Erlöse seien in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres währungsbereinigt um 11,2 Prozent auf 3,56 Milliarden Euro gestiegen, teilte das Unternehmen mit. Der Grund ist eine Kombination aus dem China-Geschäft, dem Produktmix und dem Sparkurs. Die Gewinnmarge vor Sondereffekten habe sich auf 11,3 Prozent fast verdoppelt. Daraus errechnet sich ein Betriebsgewinn von rund 400 Millionen Euro. Die Zahlen seien damit besser ausgefallen als erwartet, hieß es. Dennoch gäbe es keinen Grund zur Entwarnung. Das wirtschaftliche Umfeld sei herausfordernd und mit signifikanten Unsicherheiten behaftet. Indirekt wird Schaeffler von dem Chipmangel in der Autobranche belastet, der die Produktion weltweit bremst. Das Unternehmen werde die Marktentwicklung weiter beobachten und gegebenenfalls die Prognose anpassen, hieß es. Im März hatten die Herzogenauracher für 2021 ein Umsatzplus von mehr als 7 Prozent und eine Gewinnmarge vor Sondereffekten von 6 bis 8 Prozent vorhergesagt. Das waren die News bei Wirtschaft TV. Bis zum nächsten Mal.